ja hallo und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der terra mit als zuschauer den ihr aber nicht hören können ist der olaf das ist ein abendprogramm ja und wie gesagt wenn einer weiß woran es liegt hat er nicht zu hören ist wir spielen über discord also ich spiele ich kann zwar hören aber er wird bei der aufnahme nicht mit aufgenommen warum auch immer ja hier sind hier bei der spionase schule da sind wir und wir müssen hier hoch da müssen wir das gespräch über den kraken oder wie das heißt das kraken treffen da müssen wir aushorchen und den soll den somit töten irgendwie versuchen uns hier irgendwie die hoch und dann durch die durch die stadt schlängeln muss man gucken wie wir am besten hochkommen durch die stadt wird ja alles schwer bewacht sein entweder ergebung von hier ist man beim hier irgendwo sind hier leh einmal links vielleicht rum damit wir von hier hoch kommen oder von rechts weil ich bin ich bin der meinung dass der gelbe eingekreiste bereich da gibt es kein alarm nur hier im da da ist denn da wird alarm ausgelöst im roten bereich ist meine vermutung ob es stimmt weiß ich nicht aber na gut wir legen mal los wir haben noch gestern ja noch die neue pistole ausgerüstet mal sehen wie die ist und wir haben schöne geräuschkulisse die uns beim abfeuern hilft bevor wir runterrutschen erst mal wieder kommen entdecken da habe ich gerade etwa weiße aufleuchten die da war ein scharpschützi das war meine wollen ja nicht runterrutschen kommen wir nicht durch jetzt erst mal auskundschaften bevor wieder irgendwo da läuft noch eine die oma fährt im hingerstall motorrad motorrad leider ein vögel da ist doch da ist einer ist da auch eine dabei zu außen leere kiste da kannst du leichen verstauen zwei stück aber ich habe noch nie eine weggetragen weil das ich habe das gefühl hat mir zu lange das aufsammeln bei jedem spiel da ist auch noch einer da hätten wir auch noch einer aber das ist doch nicht so mit denen weil ich denke gelber bereich keine alarme also gott falsch wieder oh ja sprengstoff so Was ist das? Auch ein Alarm. Der steht dahinter. Was ist das hier? Hat er irgendwann fucht geleuchtet? Wasserspeier. Ah. Kann man Gegenstieg runterfallen lassen oder was? So. Ja, meine lieben Zuschauer. Wir wollen diesmal ein bisschen geschildter ran. Nicht so hektik, hektik und dann... Ah. Die sind in der letzten Folge doch einmal gestorben. Habt mir das Video noch mal angeschaut. Nach dem Rennen. Noch mal einer. Ein Alarm. Wie eine Schafwürze hätten wir? Wie weit ist der entfernt? 349! So. Den schnappen wir zuerst weg. Zuerst mal gucken hier. Erf. Wie weit ist der entfernt? Wieso? Ja. Das ist der entfernt. Wir wollen die Schafwürze. Wieso? Da sind noch die anderen. Aufdecken hier. Da waren jetzt die Motorradfreaks. Nicht auf uns. Die wollen erst mal gucken, wann der los ist. Rauch. Auf der Flugzeug. Was ist hier mit dem Flugzeug? Wollte er nicht gerade kommen? Sie sehen zwar die toten Kameraden, aber nicht uns. Das ist schon mal gut. Ja. Fein gemacht. Ja. Auf Flugzeugwagen ist das in vielen. Das dauert schon lange. Ja. Ja. Hauptsache tot. Da ist mir egal, ob er Kopfschuss oder Baumschuss hat. Ah. Das wollte ich doch. Halte Kaste. So. Guck mal ansonsten. War jetzt eben nicht scheiter, ne? Hätten wir jetzt in dem Bereich alles sauber gemacht. Aber ob wir den Scharfschütze kriegen? Ja. Wo war denn nochmal? Ach, da ist er. Da. Ja. Leitgründe. Ist doch richtig. Ist doch richtig passend. Wie weit? 300. 50. Machen wir auch 400 Schuss. Na. Na. Ha. 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 Ja. Ja, du bist schon 2, hast du halt keinen. Oh. So. Ja, aber da hast du ja nicht so. Nicht so die Möglichkeit. Zu Snipern. Auch nicht weniger Einstellung. Nee, du hast auch keine Weite. Du kommst ja, du hast ja so kleinere Flächen, sag ich mal. Den könnte man mal ausschalten. Was ist er? 370? Ah. Ah. Oh. Das war vorbei. Zieht denn die Nebel auf oder was? Haha. Ich sehe ja nichts. Ich finde die. Ich kann nur mal. Achtmal ist er natürlich. Ist doch okay. Oh. 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 Ah. Da drin. Ja. Da drin. Ja. Da ist noch einer. Ok. Sie müssen nicht die Grundlagen die einbringen. Guck mal. Da könnte man durch die Mauer. Dazu muss der aber weg. Der geht da auch rein zu den Turm, wie der aussieht. Da ist noch einer. Das ist glaube ich der, der da umher gelaufen ist. Ja, der Morgennebel zieht auf. Ja, der ist gewollt. Du sitzt hier hinten unten. Du sitzt hier hinten, was er alle nieder weiß. Da wollen sie nicht. Ein bewegliches wäre doch besser. 300. Bös. Hat nicht mehr so viele. Ist das alles wieder wahnsinnig geworden? Da ist noch einer hinter. Mach mal auf. Ja. 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 Dann könnt ihr auch mal hier etwas so machen. Wo war der Ding? Wieso schmeißen? Kann doch schießen. Ja. Auf. 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 Jetzt gucken sie alle nach da. Der bracht sich immer noch, was hier los ist. Ja. Ja. Dann ist hier die Franzosen halt, ne. Aber ich glaube langsam wird euch hier zu ungünstig, von hier aus zu schießen. Wir gehen mal runter. Wir haben eben nur noch 5 Schuss. Und den püsst. Ja. Was ist mit dem alten Meer? Was ist mit dem alten Meer? Ja. Weil du irgendwas gesagt hattest. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Hier hoch? Auch nicht. Ja. Hier ist doch eine Rutsche. Muss da irgendwo denn? Leider Rutsche. Geht aber gleich komplett runter. Oh. Da war doch einer. Ah. Genau. Da hätten wir noch ein Scharfstückchen. Hat man wieder das Helle gehört? Äh. Helle gesehen. Nicht gehört. Ach Gott. Die ist ja langsam. Was wurde da? Die ist ja langsam in Nachlass. Ach du. Scheiße. Ja. Das war ja. Ja. Nicht so gut. Na ja. Nun haben wir sie ausgerüstet. Können wir nichts machen. Gut. 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 Allee, ich bin jetzt mit Schnellau. Irgendwo war hier ein Scharfschützer. Hm, 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 hm. Da völlig eine gute Position. Aber die Pistole ist echt neugierig. Ist doch. Kann ich nicht. Nur in einer Werkbank. Ja. Deswegen werden wir jetzt... Wir werden eh alle Werkbänke... Und jetzt suchen, weißt du. Oder freischalten. Damit können wir auch noch... Kriegen wir neue Waffen. Neue Waffenverlösen. Den hatten wir schon. Noch ein Thema hier. Entspannte Rügel. Ah. Kann ich von dir, dass ich da los bin. Okay. Haben wieder ein Aufklärerband gekriegt? Der ist nicht zum Kaputschießen. Schade. Keiner zu sehen. Warte. So, der andere läuft da lang. Könnt den ja hier oben schon mal aufhalten. Ach, muss er hier. Wie weit? 200. Was haben wir drin? 400. Die Frage, wo der ist. Ah, wenn der wirklich dran ist. Oh, Minenfälle ist das. Huh. Ah. Nehme mal seine Eingebeidung. Da ist noch einer. Wo kam der da her? Kleine Plump. Nicht bewegen. Du krautsch. Ja, 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 ich weiß. Ach, nee, ich wollte immer noch gehen. Und nur. Hier, umschalten. Wir gehen mal hier runter. Wir fallen die Normalrunde sonst. Wir wissen ja, was passiert, wenn wir runterfallen. Ja, ja. Die anderen Leichen haben wir gar nicht durchsucht. Die können ja hier nochmal durch. Sollte uns ja keiner sehen. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Sieht aber aus wie Minenfeld Schiller, oder? Ja, das weiß ich schon. Ich dachte, bei der Hals weiß ich schon, aber da untersteht, weiß ich nicht. Oh, hier oben ist er einfach. Komm mal nicht hoch. Zwei Verbände gekriegt. Schon mal gut. MP Munition. Eine MP. Die ist schlechter, als was wir haben. Da ist ja auch Munition drinne. Sprichstoff. Kannst du jetzt jetzt lesen, Olaf? Stabless, nu vant, oder wie auch nicht. Da oben ist ein Schaffletscher. Was sollen wir mit den Unternehmenden tunzen? Ein Gewichtiges wäre doch besser. Oh, gut, hat keiner gehört. Könnt ihr nochmal weiter umschauen? Da liegt auch noch einer. MP Munition. MP Munition. Gewehr Munition. Schon mal gut. Aber ist normale. Hatten wir hier noch irgendeine Kilds hier vorne? Ich glaube nicht. Oh, hier liegt noch was. Teller mir. Ja, wunderbar. Sprengstoff. Gehen wir mal wieder auf den Weg. Auf der Brücke. Die Brücke, erinnere mich so hier bei der Einmissung bei Prick, äh, ja, Prickpoint, ne? Warum so eine Brücke schleichen mussten. Ja, das war auch mit dieser Buch. Da hinten ist ein Schaffletscher, auf dem Turm. Schaffletscher, komm ich rein. Ja, jetzt hat er sie verraten. Ja, mein Freund, jetzt bist du dran, wenn du nochmal hierher kommst. Ja, jetzt geht er runter. Laft'sa. Wen hatten wir schon? Gehen noch irgendwelche Laufsbumen? Die wir noch nicht aufgeschaltet haben. Ja, kommst du wieder hoch? Ja, jetzt ist noch da unten. Komm mal her, komm mal hoch, los. Leiche gefunden? Ich hätte eine Leiche gefunden. Ja. Komm, schnell hin. Ja, du ist gut. Du ist fein, du ist fein. Eventuell der Wind. Nein, den er Wind. Ich wollte noch die Munition da unten holen. Da, wo das auch so bezeichnet ist. Ist hier noch einer? Eben. Optische Täufe. Da würde noch einer stehen. So. Kannst auch nicht jede Einbuchtung nehmen, ne? Bei der steht ja auch wieder was drinnen. Da kommst du gar nicht hin. Ich meine, hier ist ja noch schlechte Karten an die Welt gekommen. Zum Abhauen. Gucken, ob hier noch welche sind. Nicht da hinter uns nochmal welche auftauchen. Fängstoff. Fängstoff. Hm? Der hat die Leiche gefunden, oder was? Hm. Oder geh wo unten lang. Hm. Ja, kannst doch hier durchlaufen. Da, guck mal. Ja, kannst doch hier durchlaufen. Gebietdurchsuchung. Warte mal. Hier, schauen wir was. Ein Paket für Richter wird ihm beim Treffen geliefert. Aha. Ist halt optional wieder, ne? Warte mal. X, X, X. , dass es hier in der Zeit sind. Aber du wirst auch noch mal länger alles in der Zeit estavam los. Was ist mit der Anruf? Du tück, du tück, du tück, du tück. Du tück, du tück. Weil dann kannst du schneller schießen. Die hat bloß nur einen Einzelschuss. Und dann muss er nachladen. Oh, da war noch einer. Kannst du nicht mal freischalten, den Läufer? Der steckt euch. Der ist jetzt runtergelaufen. Scheiße. Musik Da ist noch einer. Handwerken sind schon vorbei. Sind alle. Wer ist denn mal auf deinem Platz geblieben? Kommt keiner von hinten oder so. Wieso? Man lenkt uns ja nicht umsonst. Der Schattenklo. Wieso? Man lenkt uns ja nicht umsonst. Das Band ist voll, ja. Da liegt auch noch was. Und ist durch da hinlockt. Oh. 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 Oh, oh, oh. Ah, da, 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 da. Der geht runter. Wenn du es da gehst, der bestimmt nicht. Ich kann es auch leider nicht über der Maul springen. Panache, Teller, mich voll. Hä, was ist denn das hier? Oh Gott. Wo ist er denn jetzt? Weil du musst ihn ja erst mit den Famers gucken, am besten. Ah, den Alarm ausschreit. Oh. Ah, kann es so gut. Okay, voll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Na ja, ich bleib' Alter, was machen wir mit dir? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Die haben aber noch Verbände, die noch auf dem Gang stehen. Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Wir holen mal die Verbände! Oh, alter Falter! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Da unten ist noch einer! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe! 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 Aber Panzerfaust, da muss er was zu sagen haben, wenn sie in Panzerfaust stehen. Wo bist du? Zeig dich! Operation Kraken, was auch immer. Der Abbey hier hat nur einen Son von mir als Panzerfaust. Das Gespräch könnte überall stattfinden. Wir müssen einige Leads finden. Also, ich hab die Granate nicht geworfen, ne? Will dich nur mal für das Protokoll festhalten. Wo kommen die alle her? Alarm war ja ausgeschafft. Guck mal hier. Die hat eine ganz ungünstige Schlafstellung. Wir haben noch große, schon drei kleine. Die werden da sehr zahle mal eins einwerfen. Da ging ja noch welche rum hier. Wir haben noch einen Spannungsvorgang. Okay, okay. Standard-Protokoll-Munition. Kanaden, okay. Oh, oh, oh! Ich bin jetzt da hinten. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich bin hier drin. Oh, oh! Better move it or I'll be discovered. Wo ist der dritte hingewiesen? War nur drei Mann. Hat er nur zwei erschossen. Der hinten läuft der. Okay, nichts weiter. Okay, nichts weiter. Komm mal kurz Karte gucken. Wir sind... Ah, hier. Wir sind hier, wir müssen... Da sollen wir hin. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ach nö, jetzt kommt noch Alarm. Echt jetzt? Wo stimmt noch einer? Von hin? Ja, da war der Alarm von der anderen Seite. Ah, ja okay. Okay, okay. Dumm gelaufen. Da ist ein Bruder drin. Ich kann dieses SMG benutzen. Der ist aber nicht hier zum Ausschalten. Oh, oh, oh. 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 Ach, da oben sind die Alarm. Nicht der hier. Irgendwo ist eine Scharfschütze. Ich bin ein. Da oben gehen. Und die sind. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Geiste. Ah, der ist da oben. Ah. Oh. Der Dapter Schafschütze. Wo kommt er? Hinter uns war einer. Den hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Fahren wir jetzt wieder von vorne an? Okay. Ja, Nadal hat unser letztes Mal Automatik gespeichert. Okay. Wir haben nun zwei Verbände und das ist so richtig doof. Das ist das. Das ist so. 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 Davor? Mann! Meine falsche Seite. Hier. Ja. Hier hast du natürlich keine Verstecknissigkeit. Verweilen? Das ist gut. Ach auch. Was ist denn da? Kannst du die auch machen oder was? Keine Ahnung. Geht nicht. Hier soll irgendwas sein. Ja. Richtige Stellung. Richtige Haltung. Keine Ahnung. Aber das Ziel ist ja jetzt wieder woanders. Das ist ja schon wieder da oben. Mann. Hier. Der Lieferplan befindet sich in der Nähe des Brückenkontrollpunkts. Äh. Ich meine die falsche Tasten. Hier. Wäre ja da. Wir sind hier jetzt gerade mal. Ja. Das ist da. Elektrik. Der Generator. Kann man damit den Alarm ausschalten? Ja. 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 Geh mal hin. Geh mal dein Offizier an. Geh mal dein Offizier an. Ja. Wo kommt die? Aber ich sag mal. Dann machen wir hier erstmal Schluss. Dann machen wir morgen weiter. Hier ist gerade so schön ruhig. Dann können wir hier in Ruhe abspeichern. Ja. Dann sagen wir mal. Tschüss. Für heute. Denn wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Fürs Zuschauen. Und den Gründe auch. Abonnieren. Und Leiten nicht vergessen. Bis dahin. Euer Terra. Tschaui.